hallo zusammen heute zeige ich ihnen bei einem samsung tv smart fernseher wie man apps herunterladet oder löschen könnt dafür durch breite fernbedingung hier auf home taste und bei meinem modell ist es ganz links steht apps und da auf ok oder enter drauf drücken so sieht die seite aus und ganz oben rechts steht suche ich wieder auf enter und ok und da könnt ihr schon eingeben was sie suchen wollt ich habe jetzt mal im a hingeschrieben für magenta und es kommt auch ganz oben raus also da ich das schon installiert habe wenn ich auf ok drückt geht es gleich bei mir auf aber wir können mal was anderes versuchen zum beispiel ich bin jetzt wieder auf suche wo sich zum beispiel beim suchen spotify ich schreibe jetzt nur sp rein und ganz oben links kommt schon raus und wenn ich jetzt wieder auf ok drückt steht installieren können wir jetzt gleich mal testen also ist installiert und dann ruhig direkt auf zur startseite hinzufügen durch auf ok jetzt kann ich es auch direkt verschieben wo ich es haben will machen wir jetzt beispiel ganz nach vorne durch auf ok durch hier auf home taste wieder ganz zurück zu kommen und dann ist es ganz vorne wenn ich es aber jetzt wieder verschieben will gehe ich runter und da steht verschieben ich setze es mal ganz nach hinten jetzt sage ich ihnen wie man das alles wieder deinstalliert dafür gehe ich wieder in die apps rein und da steht ganz rechts einstellungen und das sind meine installierten apps und spotify will ich jetzt entfernen gehe ich jetzt auf entfernen und drück auf enter und jetzt ist es auch entfernt dankeschön